Das ist die Kathedrale von Palma. Und wir wollen jetzt da hingehen. Und hier sind die Fischreiher. Wir haben jetzt 1 Uhr. Und es ist sehr schönes Wetter. Hier ist Palma. Dort drüben ist Palma. Und die haben einen fantastischen Radweg, der bis Flyer der Palma geht. Now we start again.